Herzlich Willkommen zurück zu unserer Planänderungs-Folge. Wir wollten ja eigentlich ins Zinkhole, aber weil wir jetzt mit diesem Old-Photos da was gefunden haben zum wegsprengen. Dann nehme ich mal ein Dynamit, weil ich hab noch zwei Stangen, das ist nur noch eine, ne? Ich hab zwei Stangen, ja. Dann zünde ich mal an. AAAAAH! Oh mein Gott! Da war Revolver und so drin, ne? Ja man, ich hab ne Shotgun, man. Ne Ultgun! Ultgun-Pot-Z-A-H-H-H-2! Man kann nur ne verdammte Schrotflinde bauen. Oh mein Gott. Ah, ich hab gedacht, da kommt jetzt ne Höhle oder sowas. Ja, ich auch. Alter. Alter. Ah, das ist jetzt nice. Okay, 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 okay. Part 2 von 8 haben wir. Das sieht, wie der Griff aus von ner Schrotflinde. Ja, ja. Aber war da noch eine Mission oder so drin? Ne, natürlich, aber da haben wir ja. Old-Gun. Old-Gun, geil. Hammer. Das ist jetzt richtig nice. Alter, ich hab 204 Zehne fällt mir grad auf. Wie viele Zehne? 304. Ich hab 113. Es ist irgendwie richtig geil, wie das Wasser das ranfließt. Ja übel, man. Sieht so richtig geil aus. Ja. Gut, bissl verpackt, weil es durch die Steine durch geht. Na gut, dann gehen wir doch wieder in unser Sinkhole. Ja. Glaubst du, es wird da voll? Ne, sieht nicht so aus. Ah, weil ich mag mir schnell die anderen Fotos angucken, wo vielleicht fällt mir noch irgendwas ein? Also das da, das ist ja, das ist einfach nur ein Stück Wiese. Das ist ja richtig ekelhaft eigentlich. Ein Stück Wiese und? Kann man das dann umdrehen oder so? Und ein Felsen. Ja, das kann ja überall sein. Das ist ja richtig ekelhaft. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Ja, okay, das ist jetzt echt schwierig. Weil der Baum, okay, das erkennt man. Das sind einfach Bäume. Das ist in einer innen Hütte. Ne, ich hab noch eins. Vielleicht in so einem Dorf, in so einem Dorf. Ja, und ich hab noch eins. Ich kann, ich glaub... Ist das das Segel da hinten? Ne, ich glaub nicht. Also in irgendeinem eingeborenen Dorf, oder was weiß ich, ob das überhaupt ein eingeborenen Dorf ist, aber... Ja, ich weiß schon. Da, in irgendeiner Hütte... Ja, dann müssen wir ab und zu mal die Hütten absuchen. Ja. Ähm. Ach du Scheiße! Boah. Shit. Alter. Ich hab mich richtig gedamaged grad. Alle haben auf mich eingeschlagen. Ja. Shit, Alter. Oh fuck. Kann man hier nicht mal in Ruhe? Verdammt noch mal. Hör dich anschaffen! Ja, da ist glaub ich runtergefahren. So. Hey, dort müssen wir noch Koffer. Alter, gehen wir nicht hin. Sonst sterben wir. Alter, fast die Hälfte meiner... meiner Rüstung ist jetzt weg, Alter. Ja, das war jetzt krass. Alter, das war jetzt ekelhaft. Plötzlich kommen die wieder her und... Bam, 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 bam! Alle hauen auf mich drauf. Und ich hab noch diese Scheiß... Und ich hab noch diese Scheiß-Foto in der Hand. Und ich hab noch... 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 Okay. Dein Topf ist noch voll, oder? Meiner ist noch voll? Ja, meiner ist auch noch voll. Ich hab noch... Ja. Der wär sehr hilfreich, glaub ich. Echt? Uh, das nehm ich mit. Ich kann kein Merigold mehr mitnehmen. Naja. Aber es ist überall so viel Merigold. Alter, Alter. Ja, dann stell doch mal ein paar Medizin her und so. Was ist das? Medizin und Energiedengel. Ach, das ist natürlich giftige, Björn. Hey, das ist ein Laptop, geil. Ja, natürlich. Du guckst mir das so kaputt. Äh... Was wollte ich jetzt machen? Ah, ja, genau. Äh... Nein. Ich hab's vergessen. Was... Was wollte ich jetzt machen? Ah, genau. Medizin erstellen. Nicht bewegen, das sind Hase. Das sind zwei Hasen. Nicht bewegen. Metz, äh... Konfl... Oh, nein. Scheiße. Geh ich einfach kurz ins Menü, dann sind die Hasen weg. Das kann's doch nicht sein, Mann. Das sind... So Glück kann ich mir jetzt gar nicht merken, was ich... Ah, Aloha. Phase erwischt. Sehr schön. Metz. Da ist mein Pfeil, du rollst nicht weg. Die Atmosphäre in so einem Wald ist schon echt geil, ne? So... Ah. Ach so, hier. Immer das Fleisch. Immer das Fleisch. So, gut. Jetzt hab ich bisschen was hergestellt. Komm ich wieder in deine Richtung. Gut, also Merigold findet man echt viel... Hey, was ist das? Hm. Circuit Bot. Hä? Wo? Ist das nicht das, was ich von kaputt gemacht hab? Ich hab da noch eins gefunden. Leg dir einfach mal mitten im Wald ein Laptop. Ja, das fliegt wahrscheinlich alles vom Flugzeugabsturz. Weißt du, was ich mich mal gefragt habe? Wir sind... Ich selektier Stroh. Äh, nein. Ähm. Wir sind doch abgestürzt und waren im hinteren Teil des Flugzeuges. Ist da nicht irgendwo der vordere Teil Cockpit und so sein? Joa, theoretisch. Vielleicht finden wir das ja noch irgendwo. Das ist ne Hase. Bewegt mich nicht. Kill ihn. Ohhhh. Warte, dann hol ich uns den Dessert da hinten. Und warte, da ist ne Hase daneben. Scheiße, der hat sich bewegt genau in dem Moment. Der, 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 der Hase ist doch noch da. Den hol ich mir. Warte, ich will den. Hä? Wo ist denn? Gut, ich seh ihn wieder nicht mehr. Ich brauch nen Pfeil und mein Pfeil. Ähm. Schrei. Ah, da ist n Dessert. Ah, die sieht aus wie so. Ah, da hinten sind sie. Da hinten sind sie wieder. Hey, der geht auf den Baum. Buh. Die sieht aus wie so nen Weg hier. Schon, ne? Krieg. Ich hab jetzt auch nochmal nen Skin bekommen. Hast du auch? Ne, hast du nicht. Schau in dein Inventar. Der ist nicht dran. Ja, ich hab halt, ich hab schon vier. Warte, jetzt hab ich vier. Das, das sehen wir dann. Also bei mir jetzt vorher nicht funktioniert. Wo ist die scheiß Pfeil hin? Naja, dann halt nicht. Dann halt nicht Pfeil. Ach, jetzt sind wir bei dem Waterly. Woah. What? Ich hör was? Wo? Ja, ich auch. Bei mir zwei. Und da? E-Frau und E-Mam wieder. Alter. Fühl doch mal. Oh ne. E-Frau hat zwei E-Mam. Au. Oh, der trifft. Der trifft grad voll hart, weil ich grad. Alter, der ist ganz schön hart. Das hat mich aus Versehen mit Schlamm eingeschmierten. Böö. Ja, aber das heißt ja auch. Das sind das doch gut. Scheiß drauf. Weiter geht. Oh Mann. Oh nein, nochmal zwei. Drei. Nochmal drei. Wollten sie vier. Das sind aber Kannibalen. Sind nicht die Eingeborene. Die wollten sich grad essen, ne? Alter. Ich hab vorhin reingang, glaube ich. Alter, die können mich ganz schön weit. zurückkommen, ne? Hey, es lohnt sich schon fast ein Feuer zu machen, ganz schön. Ja, eigentlich schon, ne? Weil du hast eh keine Rüstung mehr. Ja, kaum noch. Doch eine. Oh, noch zwei. Alter, was ist das denn hier? Das mit ein Feuerfest. Alter. Alter. Der eine läuft weg. Den holt mir noch. Okay. Ja, aber es wird auch dunkel nehmen. Wir sollten vielleicht gleich ne Behausung machen, wo wir schlafen könnten. Wat? Ich kümmer mich ums Feuer. Ich bau das Lagerfeuer. Ah, okay. Dann mach ich die Behausung. Ach jetzt, wieso mach ich das jetzt? Wieso mach ich das jetzt? Oh, Alter, sie lebt ja noch. Alter. Sie läuft weg. Ah, sie lebt ja noch. Ah, die darf nicht weglaufen, unsere Knochen. Ja, schön tot. Uah. Verdammt. Kriegst doch eh keinen Schaden. Ja, eigentlich nicht. Dann frierst du wenigstens nicht. Ah. Ich weh mich nur grad ein bisschen auf. Ich weh mich nicht so laut, doch kann ich noch mehr an. Ich hab... Ich hab mich nur aufgewärmt. Alter. Alter, wie viele? Ich glaub, die Hälfte liegt wahrscheinlich wieder nicht im Feuer. Wahrscheinlich. Hä? Was war das für ne Taschenmutter? Sag mir nicht, dass da noch welche kommen jetzt. Ne, die war direkt um ins Lagerfeuer, als wär... Das Licht von einem Typen wieder angegangen. Leul, ein Vogel schlägt einfach mal voll ins Feuer rein. Ja, das haben wir schon öfter gehabt. Oh, da rennt ein Lizard, ein Baum hochradt. Cool. Ja gut, das war vielleicht jetzt die Abenddämmerung. Vielleicht sind's alle wieder rausgekommen und... Ah. Das war so eine Patrouille oder so. Da ist ne Hase, aber ich glaube jetzt in der Nacht lasse ich das mal. Oh, Alter, wie viele Knochen. Alter, wie viele Knochen einfach. Holy shit. Da ist eine Leiche nicht drinnen, die schmeiß ich noch rein. Und da ist noch eine Leiche nicht drinnen. Ich schmeiß die auch noch rein. Ich erstmal mit den ganzen Knochen jetzt ausstoffieren, weil ich bin jetzt eigentlich so gut wie voll. Ich speicher jetzt mal. Jetzt haben wir schon ein bisschen wie viel erlebt. Warte, 15 habe ich jetzt. Ist halt schade wieder um den Stoff, ehrlich gesagt. Ja, weil Stoff ist jetzt doch langsam wieder zur Mangelware. Ja gut, ich habe wieder ein bisschen Stoff gesammelt. Ich habe jetzt wieder über 20. Oh, ich brauche noch drei Knochen. Ja, das war nur. Alter, bei mir... Hä, was ist das? Hm? Ah doch, passt schon. Alles gut. Ich habe es nur noch. 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 Also jetzt bin ich wieder bei der Hälfte mit Knochenrüstung. Ich habe schon wieder ein Vogel reingeflogen. Jetzt habe ich mir noch ein bisschen Lizardrüstung machen. Du brauchst die ganzen Knochen nicht. Naja, die lassen wir jetzt nicht hier. Ich tue noch so viele Knochen mitnehmen, wie ich kann. Den Rest Knochen musst du mitnehmen. Ja, mache ich. Kann keiner mehr mitnehmen. Dann mache ich vielleicht doch noch eine Knochenrüstung, weil die einfach doch ein bisschen stärker ist, habe ich das Gefühl. Da hinten liegt noch eins. Ähm. Ja, das war's, oder? Siehst du noch irgendwo Knochen? Na, das war's. Sieht genau noch eine Knochenrüstung aus. Zack. Oh. Ja. So. Dann mache ich noch eine Blizzardrüstung. Oh ne, ich weiß schon wieder welche. Ach komm, ich habe mir gerade Rüstung gemacht, ja? Chill mal dein Leben. Oh, da kommt sie. Echt jetzt? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ach komm, lecken. Ja, das Lagerfeuer lockt die halt alles an. Das ist alles. Ich muss nur kurz speichern. Aber die greifen uns nicht an, glaube ich. Bleib mal beim Feuer. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, aber das ist noch fette. Das ist noch fette. Das ist noch fette. Noch mehr Knochen. Eigentlich ja. Musst der andere. Liegen schon mal drauf. Ja, mach das schon mal. Sonst sehen sie schön, dass sie brennen. Lalalala. 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 Oh, der hat springt. Der ist nach Feuer gesprungen. Der ist genauso doof wie ein... Jupp. Weißt du, dass du genauso doof bist wie ein... Oh, da kommt noch einer. Alter. Alter. Wie weit hatte ich den? Der brennt. Ach, der ist leicht verbrannt. Entschuldigung, ich hab dich erwischt. Er ist der. Er ist wieder meine Rüstung kaputt. Es kann so wie eins sein. Hä? Du wirst nicht. Ah, doch nicht. Okay. Ah, der hat da irgendwie Schiss. Der kommt nicht. Der rennt weg. Der hat echt keinen. Der hat echt... Hm. Naja. Habt keine Eier. Ich reparier mal unsere Hause hier. Ja, jetzt kommt er. Der rennt einfach wieder ins Feuer. Uh, guck mal Licht. Was ist das? Immer wieder hier packen. Ich kann wieder keine Knochen nehmen. So, ich hab wieder alle Knochen genommen. Oh, Mann ey. Kümmere dich bitte mal. Ich brauche mir mal eine Rüstung. Das sind ganz viele hier jetzt. Wieder. Noch mal zwei. Ich kämpfe hier grad gegen einen. Alter. 1, 2, 3 bei mir. Im Lager. 3. 3. Loll aber das interessiert hier. Die sehen mich nicht. Loll. Oh, nice. Oh. Idiot. Wow. Alter. War ich jetzt weit weg. Also ich... Ich klopp hier grad einfach alles nieder. Der ist so viel Knochen. Können wir noch gar nicht mehr tragen. Oh, Moment. Das hat hier noch einen Mutanten an, oder? Nee. Der ist nur für... Oh. Oh no. Der ist retarded. Gleich ein Feuer. Sehr schön. Der fliegt automatisch ran. Sehr gut. Der hat viele Knochen. Alter. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das hört ja gar nicht mehr aus. Ah, der ist noch nicht ein Feuer hier. Ach, sehr schön. Nee gut. Wir sind einfach mitten im Wald. Wir machen Feuer. Das ist natürlich echt dämlich eigentlich. Ja, ich würde eigentlich gerne mal meine Dinge herstellen und dann schlafen. Aber... Vielleicht schlafen wir jetzt erstmal, ne? Komm. Direkt schlafen. Nein. Knochenproduktion. Na gut, warte. Ich speichere lieber nochmal. Ja, speichern ist schon mal gut. So. Ja, weil in der Früh ist alles besser, glaub ich. Schlafen wir mal. So. Hey, du hast die Uhr im Auge, weil ich hab... Ja, ich hab die Uhr im Auge. Alles gut. Wir sind bei 14 Minuten. Jetzt lassen wir noch mal. Ich kann keine Knochen mehr aufnehmen. Warte dann. Du kannst ja noch was zur Vorsorge erstellen, weißt du. Kannste ja auch noch. Ja. Das mach ich dann auch. Ich hab ein bisschen nur... Ich hab nur noch 5 Kleider, Mann. Zu wenig nur noch. Oh, krass. Ja, Mann. Ich hatte gerade noch über 20. Da hab ich viele Knochen, ey. Und... Vogel. Und wieder rein. Schau mal. Nein! Zwei Stück noch. Jawoll. Das passt. Wunderbar. Was zum Futtern lege ich gleich auf Feuer und dann können wir weitergehen. Ja, ich muss auch noch was rein. Ich lege einen Fisch rein. Ich lege einen Löser rein. Hallo? Ja. Hab ich. Hoffentlich kommt jetzt keiner mehr. Weiß noch, das müssen wir echt aufhören. Wir können eh nichts mehr tragen. Und ich hab keine Kleider mehr im Ding. So, ich muss noch was abkochen. Ja, hier liegt Fleisch. Ja, ich kann's nicht mehr aufnehmen vom Vogel. Ach, das ist vom Vogel. Eigentlich... Haben wir echt noch nicht viel geschafft, irgendwie. Ja, wir waren die ganze Zeit hier am Lagerfeuer. Das war mal... Äh... Auch, aber auch amüsant, Alter. Wie viel... Ich will gar nicht wissen, wie viel wir jetzt gekillt haben. Das war ja nicht mehr normal. Das war echt viel, jetzt. So. Da ist ein Besitz. Sehr schön. Alter, hier in der Stelle, da kann's ja richtig krass jagen gehen, hier. Lisse, Tarsen, Eingeborene... Das ist echt pervers. So. Gut, dann... Versuchen wir mal wieder das Zinkhole zu finden. Oh, ja, oh, nice. Ah, das ist ein Haus. Schau mal gleich mal rein. Ja, ja. Und wegen Kleider ist es vielleicht auch ganz praktisch. Ne, hier ist nichts, leider. Das ist heil. Oh, da hinten ist ein Laptop. Bei mir. Hey, da ist ein Seil. Äh, kann keine Robes mit Roggen. Na, hier ist ein Laptop. Achso, hast du auch einen Laptop. Hey, da ist nochmal ein Laptop. Und... Ich komm nicht zu dem scheiß Laptop hin. Da ist ein Laptop? Alter, richtig nice. Toll, die solche scheiß Tennisball. So. Ja, dann halt nicht. Okay. Wieso liegen hier eigentlich nur so viele Tennisballer rum? Das ist... Hey, da ist nochmal ein Laptop. Ich brauch... Stopp. 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 Ah, weißt du, noch die Höhle, wo wir... Oh, da sind wieder drei. Ach komm, jetzt wird's übertrieben. Nervig. Aber die sehen mich nicht. Die greifen mich nicht an. Also, wie viele... Wie viele... Wie viele Dinger hier sind... Wie viele... Wie viele Totems? Oh, nee. Nicht schon wieder. Alter. Alter. Alter, das ist nicht so einfach nicht. Der hat einen Schnerpick. Alter, ich hab hier gerade alle drei gleichzeitig. Ja. Die haben uns nur auf den Weg, ehrlich gesagt. Einfach. Rundenschlag. Ja. Die lebt noch. Ach, jetzt nicht mehr. Na gut, ich... Ja, jetzt scheiß auf die Knochen. Nein. Jetzt hab ich den... Ist der Stoff? Wurde schon kaputt gemacht. Nö. Alter, wie viele Totems hier sind. Krass. Ist der Stoff? Ja. Ja, das ist grad ganz gut eigentlich, weil die meisten Totems haben ja auch ein bisschen Stoff dabei und ich brauch unbedingt jetzt grad Stoff. Ja, Stoff ist echt mangelbar. Hier ist kein Stoff. Das war mir schon am Anfang vom Spiel, wir wussten, dass der Stoff wahrscheinlich ziemlich mangelbar ist. Was eigentlich ein bisschen unlogisch ist, weil in den Koffern, ne? Also, wenn du da aufmachst, ist wahrscheinlich hauptsächlich nur Kleidung drin. Theoretisch. Ja, Gott sei Dank, aber... Nein, eigentlich. Also, wenn du so einen Koffer aufmachst, siehst du ja eigentlich überall Hosen und Shirts und so. Ja, klar. Da ist ja auch immer Kleidung drin dann. Ja, ein bisschen was, aber... Rein theoretisch, wenn du so einen Koffer aufmachst, kannst du dich ja komplett anziehen, eigentlich zwei Wochen lang. Meistens nochmal. Ja, sei froh, dass da überhaupt die wieder zugehen, die Dinger. Ja. Da ist noch ein Totem. Da ist noch ein Totem. Mach mal ein Totem. Zack. Und da sind blaue Bären. Das ist super. Dann nehme ich mal meine Equip und fülle da mal... Blau Bären. So. Ich bin beim... Da wissen wir überhaupt keine Büsche, Mann. Direkt dort, wo ich stehe. Ich stehe jetzt im Busch. Nein. Bei mir ist er weg. Ja, da hast du... Hast du halt die Arschkarte gezogen, da sehr nicht. Komisch. Ich habe jetzt schon... 17 Bären. Hier ist ein Bären, aber die ist, glaube ich, giftig. Nein, ist nicht giftig, aber... Equip. Nicht giftig. Aber ich kann... Ich kann sie nicht einsammeln. Also, mischen kann man die nicht. Also, es ist immer ein Suckel für... Ne, ne, ne. Ich habe zwei verschiedene Bären. Blueberries und ich habe Twinberries. Echt jetzt? Oh. Die Pilze waren giftig. Das ist jetzt nicht so toll. Aber ich kann die nicht in eine Suckel tun. Also, das kann bitte... Die kann ich ja zum Beispiel nicht in Suckel tun, hier. Naja, egal. Shikori, Shikori, Shikori. Alter, waren wir hier schonmal? Aber es regnet doch jetzt echt oft. Ja, hier waren wir schonmal. Ja, es regnet jetzt ziemlich lange. Äh... Ah, ich glaube, wir könnten langsam in der Nähe von diesem Sinkhole sein, oder? Ich weiß nicht, das komme ich nicht... Irgendwo... Warte, ist jetzt... Da bie... Ein Baby. Wir beide, hä? Was war das jetzt? Wieso ist hier ganz einzeln ein Baby? Wo ist die Mutter? Oh nein! Was? Ja, direkt vor dir, Mann! Oh, da. Da war der vor dir gestanden. Äh, wo? Ah, cool. Wieder ein bisschen Wasser raus zum... Ja, greif halt an. Nein, das ist ja auch nicht so lang, Depp. Hä? Ich schlag einfach durch. Da sind ja schon viele Fische drin. Da sind ja schon viele Fische drin. Ja, jetzt schlag einfach durch. Da sind ja schon viele Fische drin. Da sind ja schon viele Fische drin. Ja. Weil sie vielleicht vorschlagen wollt, ob man bei so Teichen immer... Ach so Markierungen machen wollt, dass wir wissen, wo Fische sind. Soll ich dir was sagen? Ich weiß nicht, ob du es jetzt auch siehst. Was ich sehe. Aber ich hab heute... Ich hab vorhin angesprochen. Ich hab's vorhin angesprochen. Sicher, dass wir hier schon mal waren? Das ist... Und hier ist eine Höhle. Was ist eine Höhle? Wo? Nein, oder? Alter, was ist jetzt los mit uns? Uhu, uhu. Ich würd sagen, nächste Folge gehen wir erstmal zum Cockpit. Und dann... Warte, ich markier hier gleich. Ja, markier sie mal. Das ist jetzt richtig nice. Okay. Alter, richtig Hammer. Die lassen wir jetzt... Äh, halt, ich muss noch... Hab schon. Oh, das hast du fertig gebaut. Welche Farbe nehmen wir da jetzt? Da nehmen wir... Ähm... Noch nicht grün, oder? Oder was sind das? Ja, grün. Oder blau. Ne, blau. Mir egal. Mach grün. Oder gelb. Gelb ist gut. Gelb. Gelb, noch nicht Econet. So, ähm... Ja, warte hier. Direkt beenden die Folge. Ach ja, genau. Ich bin grad so motiviert. Ja, ich auch. Okay, ähm... Genau, gut, dann zieht man... Moment, kann man da hinten auf diesen fetten Berg gehen? Das ist bestimmt die Schneewelt. Ah, sehen wir ja dann. Ähm, danke fürs Zuschauen und... Ja, äh... Wir müssen, glaub ich, noch mal ganz kurz... Oh. Einen Moment. Wir sind aber schon drüber. Der ist ja gleich tot. Nochmal drauf. So, jetzt... Jetzt... Nein! Ach, verdammte Scheiße. Jetzt sind sie aber aggressiv, die Scheiße. Ja, übel. Riecht aggressiv. Oh, ne. Hinter mir. Ich hör schon wieder welche. Ja, überall schon wieder jetzt. Ja, da hinten. Komm, lass uns direkt beenden und dann... Nächster Fall. Drei, zwei, eins. Ciao. Tschüss.